Hier der Ausblick von der Suite im Club Aldiana Algaressa. Traumhaft schön beim Sonnenuntergang. Super schön gepflegt die Anlage. Fällt mir jetzt sehr gut. Hier unser schöner großer Balkon, ein Schlafzimmer, Wohnzimmer und da hinten der Balkon gehört auch noch zu uns. Da ist das zweite Schlafzimmer. Das sind auch schöne große Familienzimmer, kann man nämlich ganz gut nutzen. Ist wirklich traumhaft schön. Hallo, ich bin der Hubert. Ich zeige euch die Videos. Da unten einfach auf Abonnieren und ihr seht die weiteren Videos. Bis bald. Ciao.